Ästhetik für ihre Beine Jeder zweite Erwachsene, so eine Studie, leidet im Laufe seines Lebens zumindest vorübergehend unter durch Venenleiden verursachte Beschwerden. Dr. Michaela Magometschnik hat sich auf die medizinische wie kosmetische Behandlung von Krampfadern spezialisiert. Dank einer frühzeitigen Behandlung kann die Fachärztin für Gefäßchirurgie, Chirurgie und Allgemeinmedizin Spätfolgen wie Embolien oder Gewebeentzündungen entgegenwirken. Sie versteht sich auf die verschiedenen Methoden der kosmetisch orientierten Krampfadernoperation, so zum Beispiel auf die schonende Laserbehandlung, durch die Eingriffe ohne Narbenbildung möglich sind. In ihrer seit 2002 bestehenden Praxis in Salzburg werden aber auch unliebsame Besenreißer, Äderchen oder Fettpölster behandelt bzw. entfernt. Die sympathische Ärztin nimmt sich für ihre Patienten viel Zeit und ermöglicht so eine umfassende Beratung und kompetente Betreuung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017